Das ist Herr Müller. Herr Müller hat ein Problem. Er hat für seine Patenkinder Hanna und Max in den letzten Jahren viel Geld zur Seite gelegt. Dieses liegt nun auf dem Sparbuch und soll über die Jahre möglichst viele Zinsen generieren, sodass sich Hanna und Max zum 18. Geburtstag etwas Schönes kaufen können. Die aktuelle Niedrigzinsphase hat jedoch zur Folge, dass die Renditen, also die Zinsen, die Herr Müller aktuell auf sein angespartes Geld erhält, sehr gering sind. Mit diesen aktuell so niedrigen Zinsen sind viele Kunden natürlich nicht mehr zufrieden. Aus diesem Grund hat sich Herr Müller überlegt, sein angespartes Geld anderweitig zu investieren. Dabei hat er gehört, dass am Aktienmarkt im Gegensatz zum Sparbuch höhere Renditen erwirtschaftet werden können. Nochmals zur Erinnerung. Eine Aktie ist ein Unternehmensanteil, der an der Börse gehandelt wird. Da sich Herr Müller nicht so gut auskennt, möchte er sich von seiner Bank beraten lassen. Der Bankberater rät Herrn Müller zum Kauf eines Aktienfonds, da Herr Müller noch keinerlei Erfahrungen am Aktienmarkt gemacht hat. Doch was genau ist ein Fonds? Aktienfonds bieten die Möglichkeit, gleichzeitig in eine Vielzahl von Aktien zu investieren. Im Gegensatz zum Direktinvestment in einzelne Aktientitel werden dabei Anteile an einem Fonds von einer Fondsgesellschaft gekauft. Aus dieser großen Menge an eingesammelten Kapital der Kunden versuchen die Fondsmanager nun am Finanzmarkt mehr Geld für die Kunden zu erwirtschaften. Diese Art von Fonds wird auch als aktiv gemanagter Fonds bezeichnet, da das Fondsmanagement Wertpapiere nach individuellen Kriterien kauft bzw. verkauft. Als Herr Müller jedoch die Kosten für einen derartigen Fonds erfährt, muss er leider ablehnen. Da schlägt ihm der Bankberater eine weitere Alternative, einen sogenannten ETF, kurz für Exchange Traded Fund Fonds, oder auf Deutsch Börsengehandelter Indexfonds. ETFs sind ebenso wie Aktien an der Börse handelbar. Doch was ist ein Indexfonds? Ein Börsenindex bildet die Wertentwicklung ausgewählter Wertpapiere ab. Beispielsweise die des Deutschen Aktienindex, des DAX. Der Indexfonds soll nun durch gleiche Zusammensetzung der einzelnen Wertpapiere die Bewegung des Index exakt duplizieren. In diesem Beispiel soll also der ETF möglichst genau die Kursentwicklung des DAX abbilden. Im Gegensatz zum aktiv gemanagten Fonds benötigt man hier kein Fondsmanagement, das aktiv individuelle Anlageentscheidungen trifft. Deshalb sind ETFs deutlich kostengünstiger und werden auch als passiv gemanagte Fonds bezeichnet. Herr Müller fragt sich nun aber, warum Kunden dann überhaupt aktiv gemanagte Fonds kaufen. Das ist ganz einfach. Die Kunden kaufen diese Fonds, wenn ihnen die durchschnittlichen Renditen des Index nicht ausreichen und sie eine Überrendite erzielen möchten. Will man jedoch langfristig und konstant am Aktienmarkt Renditen erzielen, wie Herr Müller für das Geld seiner Patenkinder, fährt man mit einem ETF sehr gut, da nur wenig aktiv gemanagte Fonds über einen Zeitraum von mehreren Jahren den Index übertreffen. Dabei verursachen diese aber deutlich höhere Kosten. Nun ist Herr Müller voll und ganz vom Finanzprodukt ETF überzeugt, da dieses genau seinen Ansprüchen entspricht. Er beschließt daher, das gesamte Geld vom Sparbuch zu nehmen und dieses in einen ETF auf den DAX zu investieren. Damit ist der Führerschein und das Auto für Hanna und Max auf jeden Fall gesichert. Das ist der Führerschein und das Auto für Hanna und Max auf jeden Fall gesichert. Das ist der Führerschein und das Auto für Hanna und Max auf jeden Fall gesichert. Das ist der Führerschein und das Auto für Hanna und Max auf jeden Fall gesichert.